Helfen Sie der medizinischen Forschung. Spenden Sie für unseren Fortschritt. Wozu sind denn heute Tierversuche noch nützlich? Tierversuche retten Menschenleben. Falsch! 92% der in Tieren entwickelten Medikamente sind unwirksam oder gefährlich für die Gesundheit. Und was schlagen Sie vor? Tests an Menschen? Man muss andere Methoden entwickeln. Mit menschlichen Zellen oder Gewebe. Das wäre effizient für die Menschen. Ich kann das nicht. Seit 20 Jahren experimentiere ich mit Mäusen. Dann ändern Sie Ihre Art zu forschen. Ändern? Und wo kriege ich mein Geld her? Zweiter Tag! Helfen Sie! Unterstützen Sie die medizinische Forschung. Ja, unterstützen Sie die Forschung. Aber nicht diese veraltete Forschung. Ihre Gesundheit hat Besseres verdient als Tierversuche. Unterstützen Sie die Entwicklung tierversuchsfreier Methoden.